Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal, zu meinem Blog Philosophie des Gesundwerdens. Schön, dass du hierher gefunden hast. Mein Name ist Dorothee Rundt oder gerne einfach Doro. Und ich erzähle auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Kanal von meinem Weg aus verschiedenen Erkrankungen, aus lebenslanger Neurodermitis, Erschöpfung, Allergien, Brain Fog, Heuschnupfen und schwerem Reizdarm, schweren Verdauungsbeschwerden und diversen Nahrungsmitteln, Intoleranzen, Unverträglichkeiten wie Fructose, Malabsorption und Histaminintoleranz. Auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Kanal erfährst du, wie ich immer tiefer gegraben habe und schließlich meinen Weg gefunden habe, um ins Gleichgewicht zu kommen, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Und ich interviewe auch verschiedene Leute zu diesem Thema, die auch ihre Neurodermitis überwunden haben oder andere schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel Fibromyalgie. Du wirst ganz viel erfahren zum Thema gesunder Lebensstil, was aus biologischer Sicht sinnvoll ist. Ich bin Biologin und psychologischer Ernährungscoach und Hautdamm-Hirn-Coach. Und ich teile gerne mit dir meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse von meinem mehrjährigen Weg, der mich immer mehr zu mir selbst hat finden lassen. Ich habe begriffen, dass es beim Gesundwerden um viel mehr geht, als zum Beispiel die Frage nach der richtigen Ernährung. Ich habe über die Jahre immer tiefer und tiefer gegraben und habe festgestellt, dass es zum Beispiel unumgänglich ist, alte Wunden zu heilen und ein großes Maß an Persönlichkeitswachstum zu erlangen, um zu diesem gesunden Körper zu kommen und das auch zu halten. Ich selbst habe richtig viel ausprobiert und mich auch mit zahlreichen Leuten ausgetauscht, die verschiedensten Messen, Workshops, Fortbildungen besucht und vieles wirst du auch hier erfahren, was ich an Austausch mit anderen Menschen habe in Interviews. Denn mir geht es immer darum, wirklich an der Spitze dessen zu sein, was möglich ist, was, sagen wir mal, medizinisch oder gesundheitlich möglich ist, auch von der alternativen Seite und was den Menschen wirklich geholfen hat. Und ich bin mir da auch nicht zu schade, die verschiedensten Dinge auszuprobieren. Also sei gerne dabei. Und es geht mir auch nicht darum, dir irgendwas aufzudrücken, sondern dir selber einfach verschiedene Türen zu zeigen, zu zeigen, was es alles Neues gibt, was es an interessanten Möglichkeiten gibt und dir dann selbst die Möglichkeit zu lassen, dir das, was für dich richtig ist, dort herauszusuchen. Ich bin sicher, dass da etwas Interessantes für dich dabei ist. Ja, wenn du interessiert bist an vielen Tipps zu einem gesunden Lebensstil aus allen möglichen Bereichen, aber auch zu gesunder Ernährung, zu leckeren Rezeptalternativen, wie du ohne Verzicht und trotzdem mit viel Genuss, trotz Nahrungsmitteln, Toleranzen, ja, kochen und backen kannst, dann besuche auch gerne meinen Blog dazu, aber ich gebe auch in meinen Videos den einen oder anderen Tipp. Okay, aber gleichzeitig gehe ich auch auf die tieferen Fragen ein, die wir nicht außer Acht lassen können, wenn wir unseren guten Mittelweg finden wollen, wenn wir wirklich, wirklich tiefgehend geheilt werden wollen, tiefgehend gesund werden wollen und dies auch, ja, nachhaltig tun wollen, auf natürliche Weise und ohne Medikamente. Ja, ich freue mich, dass du da bist und hinterlasse mir gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und besuche auch gerne meinen Blog, lade dir dort mein kostenloses E-Book herunter zum Thema, ja, da gebe ich meine besten Tipps für gesunde Haut, einen gesunden Darm und ein gut arbeitendes, zufriedenes Gehirn und freue mich einfach, wenn du mir mal einen Kommentar hinterlässt. Ja, dann wirklich schön, dass du dabei bist. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Vielen Dank.